Der Hase, der blau machen wollte. Eine Geschichte von Claudia Heimann. Frank entspannte sich gerade auf einer Liege im Erholungsraum, als die Tür aufgemacht und kurz darauf mit einem lauten Knall zugeschlagen wurde. »Hier bist du also!«, erklang eine wutentbrannte Stimme. »Was glaubst du eigentlich, was du hier tust?« Frank öffnete die Augen und sah einen großen Hasen, der auf ihn zukam. »Dad, ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dass du mich nicht Frank nennen sollst, sondern Frank. Das klingt so viel cooler«, entgegnete er genervt. »Und wenn du wissen willst, was ich hier tue?« »Ich chill hier ne Runde mit nem Glas Karottensaft.« Er wollte gerade einen Schluck nehmen, als ihm sein Vater das Getränk aus der Hand riss und daran roch. »Von wegen Karottensaft«, schimpfte er und stellte das Cocktailglas auf den Dresen. »Hey, was soll das?«, raunste Frank. »Ist dir eigentlich klar, was für einen Tag wir heute haben?«, fragte sein Vater. Frank konnte sich ein dreistes Grinsen nicht verkneifen. »Ich weiß nicht genau. Weihnachten vielleicht?« Doch das Grinsen wurde schnell kleiner, als er die Wut im Gesicht seines Vaters sah. »Nenn mir nur einen guten Grund, weshalb du nicht dabei bist, bunte Eier in Osternester zu verteilen.« Frank zuckte mit den Schultern. »Erstens, weil ich keine Lust habe. Zweitens, weil ich überhaupt keine Lust habe. Und drittens, weil ich Kinder nicht ausstehen kann.« »Und dass diese Kinder der Grund für deine bloße Existenz sind, ist dir wohl völlig egal, was?« Frank rollte mit den Augen. Da war sie wieder. Die Gardinenpredigt des großen Osterhasen und gleichzeitig seines Vaters. Womit hatte er das nur verdient? »Deine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern wurden einstmals mit dem Glauben der damaligen Kinder erschaffen. Es ist uns bestimmt, sie zum Lachen und Staunen zu bringen, ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen und Hoffnung zu schenken.« Er zupfte seinen Frack zurecht und sah seinen Sohn mit entschlossener Miene an. »Sieh zu, dass du deinen Hasenhintern aus der Liege bewegst und Eier verteilst.« »Sonst was?« entgegnete Frank dreist. »Das sind doch nur Kinder von einem Dorf. Die werden das ja wohl mal verkraften. Wieso bist du eigentlich hier? Müsstest du nicht Eier verteilen?« Sein Vater sog scharf die Luft ein. Im nächsten Moment hatte er Frank an seinen Ohren gepackt und zog ihn hinter sich her. »Boah, Dad! Was soll das? Das tut weh!« beklagte sich Frank, der stolpernd versuchte, sein Gleichgewicht wiederzufinden. Doch sein Vater reagierte nicht und stapfte einfach weiter. Erst als sie in der großen Verteilungshalle waren, befreite er ihn aus seinem festen Griff. »Was fällt dir hier auf?« fragte er grimmig, während sie an den Zeitkapseln für die Eier vorbeigingen, die über das Jahr darin gesammelt wurden. »Dass hier wieder Platz ist, um Basketball zu spielen?« Wortlos wurde er von seinem Vater weitergeschoben, bis sie schließlich an den Korb kamen, der für Frank vorbereitet war. Sein Vater schnallte ihn sich auf den Rücken und zeigte dann auf das Hasenloch, in dem Frank schon längst hätte verschwinden sollen. Widerwillig sprang er hinein. Sein Vater folgte ihm. Kurz darauf befanden sie sich auf einem Hügel vor einem kleinen Dorf, das etliche Kilometer von der großen Osterhasenbasis entfernt lag. Ohne Magie wäre das nicht möglich gewesen. Frank hoppelte genervt seinem Vater hinterher, so viel zu seinem Vorhaben heute einfach mal blau zu machen. Sie waren gerade im ersten Garten angekommen, als ein Kinderschluchzen durch das Buschwerk drang. Sein Vater schnallte sich den Korb vom Rücken und setzte sich. Frank zog die Augenbrauen zusammen. »Und was jetzt?« »Jetzt warten wir.« »Warten?«, wunderte er sich. »Warten auf was?«, bohrte er nach. »Das wirst du schon sehen,« antwortete ihm sein Vater. Frank seufzte und setzte sich ebenfalls. Wenig später fühlte er ein seltsames Kribbeln in seiner rechten Vorderpfote. Als er sie ansah, bekam er Panik. Sie fing an, durchsichtig zu werden. »Dad?« »Ich sagte ja, du wirst es sehen.« »Aber was passiert denn hier?« Frank bekam entsetzliche Angst. »Löse ich mich etwa auf?« »Ja, das tust du,« antwortete sein Vater trocken. »Ich sagte dir doch, dass deine Existenz allein vom Glauben der Kinder abhängt. Wenn sie nicht mehr an dich glauben, dann verschwindest du. So einfach ist das.« Frank fing nun an zu zittern und sah verzweifelt zu seinem Vater. »Aber was kann ich denn jetzt noch tun?« Seine rechte Pfote hatte sich inzwischen vollständig aufgelöst. Er spürte sie nicht einmal mehr. »Sieh zu und lerne.« Der Tonfall seines Vaters war plötzlich ganz anders. Alle Wut schien verraucht und anstelle dessen trat Mitgefühl. Er schnappte sich ein paar Eier, hopste zum leeren Osternest, um sie dort hineinzulegen, und schob es unter dem Blattwerk des Busches auf die kleine Wiese hinaus. Die Eltern des weinenden Kindes zeigten auf das Nest. Das kleine Mädchen drehte sich um und sah den Osterhasen. Frank beobachtete, wie ihre Augen zu leuchten begannen. Sobald sie das taten, spürte er ein Kribbeln in seiner rechten Pfote. Als er sie vor sich hielt, konnte er leichte Umrisse von ihr erkennen. Wenig später kam sein Vater wieder zu ihm. Und? Wie fühlst du dich? Hast du jetzt begriffen, wie wichtig unsere Arbeit ist? Zögerlich nickte Frank. Dann lass uns weiter. Es wartet noch ein ganzes Dorf auf uns. Je mehr weinende Kinder Frank sah, umso schwerer wurde sein Herz. All das war seine Schuld. All die Tränen hatte er zu verschulden. Jetzt erst wurde ihm bewusst, wie besonders diese kleinen Menschen doch waren. Er erkannte, wie wertvoll seine Aufgabe war. Denn nicht nur er beschenkte die Kinder mit bunten Eiern. Die Kinder überhäuften ihn förmlich mit ihrem Zauber freudiger Kinderaugen. Sobald er seine Vorderpfote wieder benutzen konnte, half er seinem Vater, die restlichen Eier zu verteilen. Es war beinahe Mittag, als alle weinenden Kinder mit strahlendem Lachen in den Gärten herumtobten und Frank mit seinem Vater auf dem kleinen Hügel in das Dorf hinabblickten. Ich bin stolz auf dich, Frank, lobte der Osterhase seinen Sohn. Frank wandte sich zu ihm. Du hast mich das erste Mal Frank genannt. Sein Vater schmunzelte. Das liegt daran, dass du dir diesen Namen nun redlich verdient hast. Frank schüttelte den Kopf. Nein, das war nicht Frank. Das war Frank. Sein Vater lachte. Aber jetzt ist Erholung angesagt. Und das kann meines Wissens nach Frank besser als Frank. Jetzt lachten beide. Du, Paps, wieso hab eigentlich nur ich mich aufgelöst. Und nicht auch du. Das ist ganz einfach, erklärte ihm sein Vater. Dieses Dorf ist dir zugeteilt. Das ist ein magischer Vertrag, wenn man so will. Und wenn die Kinder aus diesem Dorf nicht mehr an dich glauben, hast du keinen Grund mehr zu existieren. Frank stutzte. Aber sie glauben doch an dich, beziehungsweise den Osterhasen und nicht an mich. Sein Vater wuschelte ihm über den Kopf. Ach, mein Lieber, du bist doch ein Osterhase. Und zwar für all die Kinder in diesem Dorf. Er klopfte ihm auf die Schulter. Würde ich die Kinder in meinem Dorf nicht mit Eiern beliefern, würde auch ich mich auflösen. So einfach ist das. Nach diesem Satz hatte Frank mit den Tränen zu kämpfen. Er hatte sich schon länger unwichtig gefühlt, da er ja nur der Sohn des Osterhasen war. Erst heute durfte er erkennen, dass er und sein Vater dieselbe Arbeit taten wie die anderen Hasen in der Osterhasenbasis. Sie alle waren Osterhasen. Der einzige Unterschied lag darin, dass sein Vater zusätzlich noch das Sagen hatte. Aber irgendeiner musste das ja tun. Sag mal, Paps, woher wusstest du, dass wir uns auflösen, wenn die Kinder nicht mehr an uns glauben? Sein Vater kratzte sich am Ohr. Tja, weißt du, ich war auch mal jung. Dann grinste er und stand auf. Komm schon, Frank. Ich finde, wir haben uns jetzt einen frisch gepressten Karottensaft verdient. Nach diesem Satz sprang er auch schon ins Hasenloch. Frank schaute noch ein letztes Mal zum Dorf. Von jetzt an würde er Ostern mit völlig anderen Augen betrachten. Dann war auch er im Loch verschwunden.